Aldemar HD Toll Äh, 37 Ich hab noch nicht die Namen gesehen Falls ihr welche Namen geschrieben habt Hab ich noch keine gesehen Äh, weil das noch ein Aufnahmedurchgang ist Seitdem ich das gesagt habe Also müsst ihr euch gedulden Aber ich hab noch ein paar Namen im Kopf Da werde ich mir noch ein paar aufschreiben Gerade von den Mitgliedern Die Merkt man sich schnell Oder von Altbewährten Kommt doch immer genau auf den Nicknamen drauf an Was ist hier los? Was ist denn hier los? Ich hab 10 Millionen Aufpasser, aber Ja, das hättet ihr nicht tun sollen Ich habe glaube ich Drei Gruppen Leibwächter Ich hab ne Riesenarmee Mit so einer Leibwächterarmee Müsste ich eigentlich in der Siedlung überfallen gehen Detzel ohne seinen Arm Der Arme Der Arme Hä? Die haben auch einen Hund Der Arme Man, die halten schon nicht viel aus Ich meine Unser Hund wächst schon So ist es ja nicht, ne? Ach, Lichtstrahl schon wieder Dann hebt der Einarmige dich jetzt auf So Und Plant liegt auch Und Spike auch Nicht angreifen Meine Güte Psycho Psycho Ma Äh, Fumin So Jetzt aber Ah genau So muss das sein Greift schön für Für mich Die Leute an Mal langsam laufen lassen Ich will hier Guck mal Es sind zu viele Ich schaff's noch nicht mal alle zu laufen Erstmal wieder sammeln Ich seh ja auch nichts Müssten hier übersetzen Und das müsste irgendwo da sein Das Städtelein Das ist fein Oh nein Guck mal, ne pinke Sonne Wir treten ein neues Gebiet Wer weiß, was das bedeutet Ich muss nochmal abspeichern Nicht vergessen, nicht vergessen Wir speichern Ich könnte auch den Autosave mal hochsetzen Da läuft was Was ist das Die sind ja hier überall Die Sklavenjäger Wie die Seuche Aber voll die Lappen Ja Die können glaube ich gut kämpfen Da sind wir nackig Hier müsste man starten Und selber so einer werden Dann können wir sich bestimmt Mit denen gut stellen Gibt's ja Sklavenjäger Oh, was haben wir denn hier Eisenressource Das muss man sich auch mal merken Hier ist echt gut Auch schön flach Mann, der Süden Ich meine Das bewährt sich super gut Als Baugebiet Ja, da ist die Stadt schon Ist leid Wir müssen warten Okay, weiter geht's Sehr schön Guck mal, hier Das sieht doch aus wie Mad Max Brauchen wir nur noch Fahrzeuge Wär schon cool, ne Stell dir vor Hier gibt's so Fahrzeuge Aber das macht's ja aus Das zu Fuß laufen hier Ach, es wird trotzdem cool Guck mal, hier haben sie auch Felder draußen Das sehe ich jetzt Das erste Mal Guck mal, wie viele auch Guck mal, als wenn die So einen Außenposten Gebaut hätte Eindringling Äh Nein Ist aber Nacht Das ist jetzt blöd Oh, guck mal Wir haben hier viele Händler Das ist gut Geben wir erstmal in die Bar Und legen den Planter Irgendwo hin Oh, oh Achso, das ist der Typ, der entkommen ist Oder was Kaiserliche, adelige Wachen Alarm Oh, scheiße Dürften wir überhaupt Gar nicht rein Oh, scheiße Oh, scheiße Ich meine, wir haben Komm, wir gucken mal, was passiert Meine ganzen Lappen Diplomatenstatus Vereinigte Städte Lady Merrin Was kann ich denn mit denen machen? Ich weiß jetzt nicht Alter, der Kampf ist entbrannt Dafür kann ich nichts Die haben mich angegriffen Gehören die denn auch zu den Ähm Ist doch die gleiche Wo wir vorher schon waren Von wann ist denn unser Safe Game? 16 Ja, komm, dann müssen wir laden Wir kämpfen noch Keine Sorge Wir müssen aber erstmal Die Truppen ausbilden Und ich will jetzt nicht Mich mit den Städten Zoffen Das sind die drei freien Städte Glaube ich Oder mehrere Und ich will eigentlich nicht Jetzt Krieg mit denen haben Der Haken an der Sache Ja, ja, ja So, nochmal Ja, hier waren wir Ist das okay Wir sind gleich da Vielleicht kann ich da auch nicht rein Das kann auch sein Vielleicht kann ich da nicht rein Das kann sein Oh nein Das wäre nicht so fein Aber wir können Stehe vor Das wären alles Halbwegs ausgebildete Krieger Mit richtigen Klamotten Ich meine Wir könnten schon die Ne, wir greifen lieber Die Sektenspinne an Nimm mir die Sektenspinne Das kommt besser Tritt mir keiner Auf die Füße Okay Stopp Und Vielleicht Ich glaube das war ein Bug Ich glaube nicht Dass das so Absicht war Aber wir werden es sehen Es kann ja schon sein Dass die Keine Fremden mögen Guck mal Die haben Strom Alles So, jetzt machen wir Save Ad 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 Darf ich reinkommen? Diesmal hat keiner Eindringling geschrien Okay Ich bin mal alleine Hier rein Das nenne ich doch Willkommen So muss das sein Komm wir gucken mal Squint Äh Oder meister Natürlich willkommen Squint Ja Dann bist du jetzt Der TM King TM King So Ähm Ich bin ja froh Dass ich mich Dass ich mir mal ein paar Namen Überhaupt gemerkt habe Ja Äh Brauchst du noch Bruder Äh Kommen Sharku Sharku ist dann jetzt Ähm Ähm Äh Jetzt warte Ähm Ich bin so scheiße mit Namen Ich hab Fünf Namen Auf der Im Kopf Aber Falsch Ja Ähm 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 Ich will jetzt nicht jeden nehmen Ich weiß ja nicht jeden Das möchte ja wahrscheinlich nicht jeder Deswegen Äh Ich bin nur die Wo Äh Die sich nicht wehren können Äh Das ist der Ist jetzt der Tjulfa So Tjulfa Willkommen beim Let's Play Der ist sowieso nichts zu kamellen Fumin Noch ein Fumin Willkommen Ich kann mir das nicht leisten Scheiße Gut Dann müssen wir jetzt mal zurück Weil ich Ich gehe jetzt bestimmt nicht ohne alle zu kaufen Die gehen Dann muss ich mal nach der Folge Mach ich mal eine Pause Und dann kann ich mal ein paar Leute umbenennen auch Ähm So Ähm Gerade von den Neuen Jetzt gehen wir erstmal zurück zu Volksfront Meine Güte Was habt ihr eigentlich mittlerweile für ein Skill Ich glaube das geht nicht mehr weiter nach einem bestimmten Level Ne Katana 4 Stangenwaffen 9 Schon nicht schlecht Ist das Maximum vielleicht Ist das Maximum 10 Ne ist mehr Ne So Gucken wir mal Yin Sei Eis Keiner macht irgendwas Wachsen die jetzt hier Ja Da ist mal Wasser drin Da nicht Da müssen wir noch gucken Es war fertig Oder was Achso So jetzt brauchen wir Eis und Bade Bade und Eis 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 Baby Hat jemand was gebaut Oh ja Fleißig war der Mann Fleißig war der Mann Gut dann nehmen wir noch was Kupfer mit Der Archie ist fleißig Der Archie schläft So Ähm Zack Zack Schon wieder Wasser dabei Egal verkaufen wir mit Okay dann laufen wir mal Zack Bitte nicht angegriffen werden Odyssee Bitte bitte Bleibt standhaft Ja Also müssen noch Die Verteidigung bauen wir noch um Das machen wir dann so in U-Form Dann 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 Wer ist das Oh Gott sehr Dank Die Besten und so werden angegriffen das macht gar nichts Achso das sind Garus Wir müssen auch unterwegs noch mal ein paar Tiere töten vielleicht Oder Wenn wir hier sind Wir brauchen nur noch mal Essen Können es ja nicht nur von Kaustangen ernähren Obwohl natürlich können wir das Wir werden dem ähm Dem Zill aber erstmal richtig coole Arme verpassen und so So kannst wieder Aufgaben erledigen gehen Jetzt ist Bade dran Zeig mir deine Ware Kannst du mir das beibringen So wunderschön Und arbeiten gehen Und wieder zurück Speichern Bla 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 Alter Alter dass ich mal so viele haben würde Am Anfang hatte ich nur einen Ja Ist krass ne Wie weit man hier gehen kann Jetzt haben wir wieder 33.000 So Oh da nehmen wir Ho Rasse Ein wichtiger zuerst Was verlangst du 6.000 Cats Meine Güte sind die teuer hier Scheiße Ja Pass auf Ich nehme die jetzt einfach so mit Ich benenne die dann später mal um 3.000 Jahre später Alter Wollte ich nicht umbenennen Äh Klar Ja Nächste Folge Nächste Folge Nächste Folge Wir warten erstmal mit den Leibwächtern Wir haben jetzt gerade noch genug Wii Was willst du wissen und kämpfen kannst Cats willst Äh Willkommen Wir haben schon eine Wii Deswegen äh Müssen wir die auch noch Fumin Ja das ist der zweite Fumin Hatte ich denn schon einen TM King Hatte ich Ne Es ging ja nicht Ne Doch haben wir Voltrocks TM King Hör bloß auf Hör bloß auf Wir Äh Blabla Ich nenne den dann Äh Baal ist gut So Wir nennen den dann um noch Ja Ich will nur die Liste dann befolgen Dann haben wir wenigstens ein paar Namen Ich will jetzt nicht eine zweite Wii haben Sonst komme ich durcheinander Aber wir sind jetzt hier nicht ein Schönheitschirurgen Ha Wii 2 Ähm Das war der ne Ja Hm nein danke Volksfunk wird angriffen Das ist egal Das ist nie so Na Wann sind die alle E.ON Willkommen E.ON Sieht so energiesparend an Der E.ON Alter guck mal Einer geht rein 15 kommen raus Wir gehen mal hoch Aha Da haben wir noch einen Haben wir noch genug Geld 9000 Da haben wir noch 7500 Cats Fade Fade Wir nehmen jetzt Feder Weil ich weiß nicht ob wir schon Fade haben Alter Schwede Okay komm jetzt gehen wir runter Wow shit Ich brauch noch ein bisschen was für Äh Essen Weißt du nicht Haben wir noch irgendwas Äh Da haben wir noch Fleisch Aber nicht mehr viel Fernkampf hier Äh Müssen wir mal gucken Da gibt es noch ein Rüstungsdingens Zeig mal was du da hast So Oh guck mal hier sind diese Maskenhelme Was ist das? Mittlere Rüstung Was ist das hier? Quadra Quad Quadratbrille 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 Staubstippenwert Ist das Kopfrüstung oder? Das habt ihr nicht gehört Die Quadratbrille Karuta Sukin Das ist eigentlich ziemlich cool Das würde ich gerne bauen können Panzer Kapuze Eisenhut Was sind die Panzer Kapuze? Ist das was ich anhabe? Das ist das Karate Sukin Ja das ist das da Ist das äh Mittelrüstung Okay Panzer Kapuze Das sieht natürlich alles ziemlich cool aus Sander Gosa Ich würde ja Ähm Wir haben ja die hier Die seitliche Hachigane Polizeihelm Da ist es Verkaufstelt 4000 Kosten Das haben wir nicht mehr Ach wir werden das irgendwann nochmal bekommen Wir haben ja unser Zeug Dann gehen wir jetzt hier raus Ah ne ich wollte nach Karten gucken Aber hat der gar nicht ne Seht ihr irgendwas Ich seh nix VS Rüstungshändler Noch ein Rüstungshändler Schwerer Panzer Plattenjacke Habe ich irgendwas an schwerer Rüstung Was ich bauen kann? Das ist das Problem Das haben wir gar nicht ne Um unsere Tanks zu outfitten Besitzen wir das gar nicht Da müssten wir aber nochmal irgendwas kaufen gehen Samurai Söldner Platte Ich glaube irgendwas habe ich gekauft gehabt Aber ich bin mir nicht mehr sicher Okay Ist noch ein normaler Händler Geht schon mal raus Bevor ihr einer rumheult Anderen legen Und alle tötet Ach ne Pause zwischen der und der Folge Um die Namen einzufügen Geht ja gar nicht Weil ich ja noch gar nichts hochgeladen habe Mit der Info Ihr könnt ja noch gar nicht kommentiert haben Aber ich kann mir ein paar raussuchen Oder ich warte einfach Wahrscheinlich habe ich das schon bis dahin gemacht Ja Folgen Vorsprung und so Ich sehe wieder keine Dingens zum gucken Wo was ist Roboter-Teile Ich brauche ein KI-Kerne Die muss man aus irgendwelchen Ruinen holen Wo es ziemlich heiß her geht Komm wir gehen jetzt Scheiß drauf Auf nach Hause Was geht nach Hause endlich Ja Wie sieht es mit dem Essen aus Ach wir werden schon hier nicht verhungern Die haben alle noch teilweise Gar kein Essen mehr Da ist noch ein Essen Da ist noch Okay Ja er hat Komm Komm wir holen mal kurz noch Wir haben noch tausend irgendwas Dann holen wir uns mal kurz Noch Fleisch Jetzt nicht die Eindringer rufen bitte Weil ich bin jetzt gerade fertig Okay So das sollte ja wohl reichen Und plan Kannst du schon wieder laufen oder nicht Aber ich glaube nicht So ein paar sind bestimmt schon gegangen Oder Alter guck mal Wie viele sind wir jetzt Äh 44 Ja plus Tiere Ne Nochmal abspeichern Armee Cool Alter Ich muss auf jeden Fall Zwischen der und der nächsten Folge Die ganzen Leute mal ausstatten Dann laufe ich alleine zurück Weil es wird ziemlich langweilig werden Wir laufen jetzt noch zusammen Aber Ähm Das wird ziemlich öde werden Wenn ich dann mit euch Die Typen ausrüsten muss Das machen wir am besten Offscreen Wie man so sagt Und dann Haben wir alle Ich darf keinen zurücklassen Fleisch gegessen Fleisch gegessen Ich könnte unterwegs jetzt noch ein paar Tiere töten Aber wie gesagt Ich habe so viele Lappen dabei Die würden wahrscheinlich alle auf die Fresse kriegen Bevor sie überhaupt einen Touchdown kriegen Aber ich habe die 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 Aufpasser dabei Oh da sind wieder was Das Das Ah das sind die netten Eskujoten Gefällt mir das richtig gut Ich weiß aber nicht wie viele Tiere es hier gibt Oder was die eigentliche Tierressource hier ist Also diese großen Pilzläufer gibt es hier nicht Da oben ist dieses Das ist ein Kristall Guck mal als wenn alles verglast wäre Oder Das bestimmt Vielleicht ist da ein Asteroid runtergekommen Oder so Vielleicht deswegen die Welt untergegangen Kurz Pause Wir wollen ja hier nicht crashen Oh sehr gut Noch mal speichern So also laufen wir hier hoch Da müssen wir Wir müssen den Weg hier hoch laufen Den hier Ich hoffe ich lasse keinen zurück Das wäre echt blöd Wer zu Hölle ist das Achso das ist so ein Shinobi Ein netter Kerl Mit dem sind wir Alliiert Und dann da lang Ne Wir gehen da oben jetzt nicht rein Das sieht mir nicht geheuer aus Ich glaube ich wurde auch mal Davor gewarnt Ich hoffe es sind alle dabei Ne Wenn einer zurück bleibt Haben wir ein Problem Oh ne da gehen wir nicht lang Müssen wir denn da lang Wir müssen Da hin Ich habe Angst Barde ist tot Halt wir laden Äh Der lag vielleicht die ganze Zeit Irgendwo rum Das kann natürlich sein Guck mal ich habe da oben noch Auch gespeichert Warum bin ich jetzt wieder hier Oh Eis und Bade sind da Und die sind da oben da Und die sind da oben gegangen Hoffentlich kriege ich jetzt hier Ersatz Wer ist denn hier Geignet zum Heilen Wow Ey Trottel Komm weiter Da bist du jetzt Du unser Heiler Gibt's noch nicht Okay Weiter Renn Hoffentlich schafft er das Bevor die verbluten Sonst müssen wir Verlieren Einen Aber da lade ich lieber Einen Punkt weiter vorne Ich kann die doch mitnehmen Ach ne Geheim Machen wir es jetzt so Zack Langsam Wieder da hin Kein Geld Das fasse ich nicht So geht's auch Du bist nicht sehr gut Da drin oder Oh endlich War schon fast bei 100% Deswegen Da oben reinlegen So Polizei wird angegriffen Da wollten wir jetzt sowieso Wieder hin Okay Wer ist denn so blöd Die beste Die beste Bande Knochenbande Genau Lass das bloß die anderen ausfechten Können wir es trotzdem mal kurz heilen Okay Weiter geht's Feder ist verletzt Okay müssen wir doch nochmal heilen Zack 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 Und weiter Guck mal das ist ein Hund Oh guck mal der will mit Jetzt hat er abgelassen Ich dachte schon das wäre einer von uns gewesen Als ich das gelesen habe eben So scheiße Doch nicht aufgepasst Blöd Pause Kurz geladen Okay jetzt können wir weiter Was ist das denn hier Eisenressource Guck mal wie das aussieht Wie ein Pilz Würde ja schon gerne gucken gehen Aber ich hab Angst Aber die Guck mal selbst die Händler waren da jetzt gerade Karawanenwache Händlergilde Jim Bart Ich glaub der war auch schon mal bei uns Aber da müssen wir jetzt nicht angehen Oder Warte vielleicht hat er Pläne Oder er hat nur Tiere Ah nö Hat gar nichts zu brauchen Auf nach Hause Gehen wir Und das würde ich auch jetzt ohne euch tun Leute Wir sehen uns wieder Nächste Folge Bei Kenji Und ich glaub dann Hab ich auch die Namen parat Und ein paar Leute unbenannt Und so Und die Leute alle ausgerüstet Und alle sind am trainieren Und dann plane ich auch mal Was wir derweil machen Aber das ist halt langweilig Wenn wir dann Ich muss auch die Aufträge verteilen Und dann sehen wir weiter Also Bis zur nächsten Folge Haut rein Leute Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020